Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Michelle D. Ich bin zertifizierte Kartenlegerin, arbeite auch mit der Numerologie, vergleiche auch Daten mit der Astrologie, auch mal mit dem Human Design System, wenn du zum Beispiel eine persönliche Frage hast. Ja, dies hier ist ein allgemeingültiges Orakel, das kann auf dich zutreffen, das muss es auch nicht, ja, weil das ist natürlich sehr, sehr allgemein. Wenn du aber hier intuitiv draufgekommen bist auf das Video und echt Lust hattest, das anzuschauen, dann resoniert das meistens sehr, sehr oft, was mich auch immer wieder aufs Neue erstaunt. Also meine Lieben, ich habe die Karten noch nicht gemischt, ich setze euch gleich ins Off und werde die Karten mischen. Du wirst dann einfach den Sound hören vom Mischen, ich finde es immer irgendwie so ganz authentisch, wenn die Karten wirklich live gemischt werden, ja, was aber jetzt nicht heißt, dass andere da jetzt auch nicht das Zufallsprinzip wählen, auch wenn sie das jetzt vorgelegt haben. Okay, also das hat damit jetzt nichts zu tun, das glaube ich überhaupt nicht. Aber ich möchte jetzt einfach mal beginnen und lange Rede, kurzer Sinn, sorry, ihr seid mal kurz im Off. Ihr werdet hier den Sound hören, der Karten, ja. Ich mische immer einfach sehr intuitiv. Und es geht einfach darum, dieses Orakel, stell dir einfach mal vor, du möchtest gerne etwas für dich erreichen, ja. Und die Frage ist halt, ob du das im Alleingang erreichen möchtest oder ob du dafür Hilfe brauchst. Und jetzt möchte ich einfach mal ganz gerne dein Umfeld analysieren, wer ist da, was ist in deinem Umfeld, ist dein Umfeld denn schon das Richtige? Und die Karten, die haben sich jetzt hier gerade schon gemeldet, ja, also die brauchen manchmal sehr lange, also das siehst du auch in meinen Live-Videos, wenn ich so die Monatsorakel mache, dann hocke ich da und mische auch mal länger und auch mal kürzer. Aber das mache ich wirklich intuitiv halt, ja. Wollte mal gucken. Genau. Ja, also, du möchtest halt etwas erreichen. Und jetzt möchte ich einfach mal ganz gerne so den Ist-Zustand analysieren, was ist denn gerade bei dir los? Ganz allgemein. Okay. Wir haben die vier der Kelche hier auf dem Kopf. Also, es hat schon ein Potenzial, deine Situation im Allgemeinen von, also ein Potenzial wirklich, dass du zufrieden sein könntest in dieser Situation, ja. Es ist aber irgendwie so ein bisschen getrübt. Vielleicht ist es auch so, dass dir auch die Dinge vielleicht ein bisschen zu lange gehen oder du irgendwie ganz gerne vielleicht die Resultate sofort haben möchtest, ja. Oder vielleicht du dich fragst, ob deine Vorgehensweise dich eher weiterbringen würde oder dich lähmen könnte, okay. Das ist vielleicht so die Frage. Wow, wir haben hier die Welt. Ja, es geht vielleicht um internationale Kontakte oder einfach darum, dass du hier wirklich Erfolg haben kannst mit dieser Sache, okay, was du dir vorstellst. Aber es kann auch gut sein, dass du hier vielleicht, ja, vielleicht irgendwas planst, was vielleicht nicht ganz, entweder nicht ganz legal ist, ja. Aber das ist jetzt hier, denke ich mal, für eine eher kleine Gruppe von Leuten, ja. Oder du vielleicht mal checken müsstest, ob wirklich diese Sache dich nicht langfristig eher ins Ausschießt, ja. Vielleicht ist es so eine Sache, die vielleicht jetzt erstmal gut aussieht, aber vielleicht auch langfristig, wo da eher der Teufel so im Detail liegt, okay. Also das kann es wirklich sein. Und die Karte zeigt mir vier der Münzen. Ja, du kannst da schon an dein Ziel kommen, aber es gibt vielleicht einen viel leichteren Weg. Weil mir liegt dir halt die Welt, ja. Eigentlich liegt dir die Welt zu Füßen, vielleicht blockierst du dich auf eine Art irgendwo noch. Weil es gibt noch einen leichteren Weg vielleicht als das, was gerade da ist. So, dann gucken wir mal, wer sind die Leute in deiner Umgebung? Und jetzt kannst du vielleicht an jemanden denken, wo du denkst, dass er oder sie da vielleicht der Schlüssel zu dem Ganzen sein könnte. Vielleicht eine Zusammenarbeit, vielleicht irgendeine technische Hilfe beim Computer, okay. Also das ist alles so dein Ding, was du dir jetzt gerade vorstellen magst. Einfach mal eine Menschenanalyse und jetzt denk an jemanden, der vielleicht in dieser Situation für dich relevant sein könnte. Es ist ein allgemeines Orakel, aber dir schießt sicher vielleicht jemand in den Kopf. Wenn dir keiner in den Kopf schießt, dann geht es vielleicht einfach darum, das selbst zu machen. Ja, wir haben hier die Acht der Stäbe. Also eigentlich könnte diese Person direkt bereit sein, auch dir zu helfen hier. Kann auch gut sein, dass es eine rechte leidenschaftliche Person ist. Entweder kennt ihr euch persönlich oder es ist einfach jemand, der oder die einfach brennt für dein Vorhaben hier. Was ja eigentlich schon mal ganz cool ist. Dann haben wir hier aber die Kritik irgendwie. Es kann gut sein, dass du vielleicht diese Person kritisch siehst oder die Art und Weise, wie sie oder er da, die wollen hier. Ja. Also hier geht es auf jeden Fall um sehr viel Leidenschaft, um sehr viel Feuer. Der Ausgang. Also jetzt einfach hier in dieser Konstellation sehe ich eher heiße Luft. Okay, sehe ich eher heiße Luft, ja. An wen oder an was für eine Konstellation, das kann auch eine ganze Gruppe sein, du auch immer gedacht hast, sehe ich hier eher heiße Luft in diesem Projekt. Okay, das lasse ich einfach mal so stehen. Das ist ein allgemeines Orakel. Vielleicht kannst du ja auch was ganz anderes machen. Ja, sagen wir mal so, ich gebe ein Beispiel. Wenn es sich um irgendwie so ein Computerproblem handelt, sage ich mal. Und du kennst einfach verschiedene Leute, die dir helfen könnten. Oder du machst irgendein Projekt und du willst ganz gerne vielleicht eine Mitarbeit haben mit irgendwem oder mit Gruppierungen von Leuten. Und dann wäre das quasi jetzt so die eine Gruppe von Menschen oder der eine Mensch. Ja, das kann auch einfach, das kann auch die Frage sein, will ich jetzt ein Android-System oder will ich Apple oder so. Weißt du, was ich meine? So kannst du halt auch fragen. Stehst du? Also es ist wirklich ganz allgemein. Ich weiß, ich halte es gerade auch sehr allgemein. Vielleicht können auch einige von euch nichts damit anfangen. Aber ich lasse es einfach mal so stehen. Du kannst es auch zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal anschauen. Oder nein, kannst du nicht, weil du weißt ja dann schon die Lösung. Nein, aber ich lasse es einfach mal so stehen. Wenn du damit was anfangen kannst, dann würdest du mich freuen. Ansonsten hat es auch andere Orakel da bei mir. Okay, schauen wir uns mal andere Vorgehensweisen an, okay, mit anderen Gruppen oder Menschen. Ja, also hier sagt mir ganz klar die Karte, nee, mach es nicht. Weil das ist einfach, also das würde dich eher ins Ausschießen, wenn du hier mit dieser Person zusammenarbeiten würdest oder da dir helfen lassen würdest, ob das nur eine Gruppe ist oder ein einzelner Mensch. Okay, okay, was ist, wenn du noch eine dritte Möglichkeit in Erwägung ziehst? Da kannst du jetzt auch mal nach Menschen fragen oder einfach nach einem Plan B. Ist das schon mal jemand, der gewillt ist, dir zu helfen hier? Ja. Der oder die, das ist jetzt hier eine Personenkarte männlich, aber es kann auch eine Frau sein, kann sein, dass diese Person dir aber nicht alle Geheimnisse sozusagen zeigt oder nicht alles gibt, was er oder sie weiß, was dich auch nicht besonders weit bringt. Ja. Haha. Und vor allen Dingen ist das irgendwie diese Geheimlichtuerei mit Informationen für sich behalten, ganz einfach nicht, wie soll man das denn sagen, im Geheimen, ja. Es ist, du wirst gar nicht dahinter kommen, weil du einfach nicht alle Informationen hast, ja. Also Bullshit. Entschuldigung. Ja, aber so ist es halt, ja. Man will ja einfach ganz gerne irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ein gutes Ergebnis, ne. So. Gibt es vielleicht nicht noch irgendwas anderes? Machen wir mal noch eine vierte Möglichkeit, ja. Denk mal an eine vierte Möglichkeit, wie du das möchtest. Hm. Da wird man ganz, ganz verbissen dranbleiben, ähm, und, äh, an seine eigene Kraft da glauben. Ja. Das sieht mir aus wie eine viel, viel ehrgeizigere, ähm, Konstellation hier, eine bessere Zusammenarbeit, falls es mit Leuten ist. Aber ansonsten auf jeden Fall eine Herzenssache, die man sicher verfolgt, und zwar mit sehr viel Engagement. Ist nicht ganz ohne Aggression verbunden, vielleicht, ähm, erfordert die Sache auch Geduld. Sieht mir aber nach der besseren Lösung aus, hier im Allgemeinen, ja. Und vor allen Dingen ist es so eine Lösung, die langfristig eine Harmonie, ähm, machen wird. Ein Gleichgewicht herstellen wird zwischen den Kräften. Ganz anders als hier unser Teufel. Hier diese Vorgehensweise ist auf jeden Fall besser. Das ist die beste Vorgehensweise, die vierte, ja. Ob das jetzt nun für dich eine Zusammenarbeit ist mit Leuten oder etwas, was du ganz alleine machst. Ja, ist ein schönes Gleichgewicht. Also, ähm, ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Das ist wirklich sehr, sehr auch so eure Entscheidung, wie ihr das, ähm, halt deuten wollt, ja. Da, äh, wie gesagt, kann man halt an Leute denken, an Situationen, an Vorgehensweisen. Ich werde so Orakel öfter mal machen und ich glaube, für die, die damit super was veranfangen konnten, ähm, hat es jetzt sich gelohnt. Und für alle anderen kann es gut sein, dass ihr euch auch daran ein bisschen gewöhnt. Und auch so, das ist jetzt auch ein bisschen auf eine neue Art, ähm, ja, das irgendwie so zu machen. Normalerweise, ähm, wählt man ja Steine aus bei ganz vielen und bei mir auch bei den Monatsorakeln. Oder man hat das Thema schon, ähm, so vorge, vor, vorbekommen oder so ein bisschen vorgefertigt. Ähm, genau. Und ich mache das hier einfach mal so ein bisschen auf eine andere Art noch. Aber davon wird es noch mehr geben, ne. Ich danke dir fürs Anschauen, fürs Liken, Teilen und fürs Abonnieren. Wenn du etwas Persönliches möchtest, dann melde dich bitte. Ansonsten, ähm, biete ich auch Ausbildungen im Bereich, ähm, äh, Kartenlegen, Numerologie, Verbindung, äh, astrologische Daten. So, dass du halt so arbeiten kannst, wie ich es tue. Ich mache das jetzt auch, äh, schon recht erfolgreich. Und im Moment ist es so, dass die Kunden auch immer mehr werden, was mich super freut. Und, äh, bevor das Ganze so ausartet in zu viel Arbeit, also es darf gerne in Arbeit ausarten, aber wenn es wirklich in zu viel Arbeit ausartet, dann, äh, biete ich an, dich auszubilden und, äh, in meinem Team zu arbeiten. Ja, und, äh, dazu habe ich aber auch Videos auf meinem Kanal gemacht und auch auf meiner Webseite tue ich jetzt diese Videos, ne. Ich habe die erst vorgestern gemacht. Und dann kannst du auch mal schauen, äh, Webseite und so verlinke ich dir unten. Da kannst du dich auch ein bisschen durchstöbern, wenn du möchtest. Ich mache auch ganz, ganz viel Kunst und Musik und so und zeichne auch gerade mein eigenes Tarot-Kartendeck. Äh, ja, ähm, wenn du Interesse hast, dann, ähm, mach's dir gemütlich mit, mit einer Tasse Kaffee oder Tee und, äh, willkommen bei mir. Ansonsten vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir, ich wünsche euch ein ganz wunderschönes Wochenende. Lasst das Krachen, erholt euch gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 .